Hallo Leute, Neus von Ola. Heute ist Freisetag, wieder Freitag und wir sind auf Reise und wir fahren an den Rand der Schwäbischen Alpen, weil wir wollen das Wochenende eine recht bekannte Burg besuchen, und zwar geht es in die Burg Pohenzollern. Im Augenblick ist das Wetter, es regnet, etwas windig, also nicht sehr einladend, aber wir werden das Beste draus machen. Wir gucken mal, was für einen Platz wir dort kriegen, Stellplatz, Parkplatz oder Kämmeplatz, schauen wir uns mal um und ja, viel Spaß mit dem Video. Ja, wenn es sonst mehr dabei ist, wie momentan, dann... Ist ja okay, Amor, oder? Ja, sieht gut aus. Ja Leute, wir waren gerade oben auf dem Parkplatz. Es ist natürlich bei diesem schöne Wetter. Da ist ja auch viel los, dementsprechend. Aber die guten Plätze, wo man Strom bekommt für das Auto, die sind natürlich belegt. Jetzt haben wir gesagt, wir fahren einen Campingplatz an und werden morgen früh sehr sehr früh hier hochfahren und werden dann die Burg besuchen. Nicht weit vom Campingplatz gibt es auch genügend Einkaufsmöglichkeiten der einschlägigen Mager. Vielleicht gerade mal fünf, beziehungsweise zehn Minuten Fußweg. So, während meine Maus den Tisch dickt und kocht, werde ich mir mal den Campingplatz anschaue und... ...mich mal etwas orientieren hier. Nicht so viel Essen, nahe gibt es Essen am Morgen. Ja, und hier ist die große Wiese für Wohnwege und Zelten. Und hier ist der Platz für die Wohnmobile. Der Vorteil ist, dass der Platz hier geschottert ist. Und wir haben gleich einen Platz gefunden, ganz nah an der Saftstelle. Aber fangen wir mal von vorne an. Da wo man herkommt und dann zu der Anmeldung etc. Da ist auch ein kleiner Imbiss dabei. Da ist die Zufallsstraße. Da sind auch so Mietfässer hier. Und da sieht man den Stillplatz für die Wohnmobile. Da ist die Anmeldung und so ein kleines Vestspachhäuschen, um zu einem Alpcamping. Und hier auch noch eine große Wiese für Wohnwege und Zelte. Und da geht es zur Anmeldung hier. Hier ist die Frischwasserstelle. Hier ist der Toilettespülraum. Die Sanitärnutzung haben wir für diese eine Nacht nicht mitgebucht. Das hätte nochmal pro Person 7,50 Euro gekostet. Deswegen waren die Türen für uns verschlossen. Da würde man einen Schlüssel dafür bekommen. Und hier geht es zu den Duschen für Männlein und Weiblein. Aber auch da kam ich ja nicht rein. Aber der Platz liegt wirklich schön. Auch da hinten die Hügel hier. Da haben wir sicher eine schöne Aussicht. Und von hierher sieht man sogar die Burg Hohlenzollern. Das war's. 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 Guten Appetit Amour. Guten Appetit. Jetzt wissen wir auch, was es gibt. Das sieht sehr lecker aus. Da ist ein kleiner Eintopf mit Spinat. Uh-huh. Mit Kartoffeln. Fleisch. Gemüse. Und unser geliebtes Karottenbrot. Oh, das kann nie fehlen. Auf keinen Fall. Das ist so lecker. Ja. Das sieht sehr lecker aus. Da werde ich jetzt erst mal zuschlagen. Und dann gibt's später mehr von uns, wenn wir gesättigt sind. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, wir sind schon wieder unterwegs vom Campingplatz und fahren wieder hoch zur Burg und dort werden wir erst mal gemütlich frühstücken und dann unsere Aktivitäten durchführen. Und da werden wir uns schauen heute vom Wetter her. Hoffentlich haben wir Glück und es regnet nicht. Und dann gucken wir uns mal die Burg an und die im Geburgen. Musik Ja Leute, wir haben einen kleinen Verdacht wegen dem düsteren Wetter. Das sieht auch nach Sahara-Staub aus hier. Könnte sein. Ja, wir sind oben an der Burg, an P1 angekommen von der Burg Hohenzollern. Also los ist quasi nichts von den PKWs her, aber alle Stellplätze für Wohnmobile sind zu belegt. Ich habe aber noch eine Ecke gefunden, wo ich mich reinstellen kann. So, erst mal frühstücken. So, noch einmal guten Morgen. Endlich unser Frühstück. Wir sind jetzt am Parkplatz von der Burg Hohenzollern. Noch relativ leer. Jetzt einen schönen Kaffee. Endlich mal der Marke befüllen. Ich habe nämlich Hunger heute Morgen. Weil gestern Abend ist super. Und der Eintopf von der Niva war sehr, sehr lecker. Aber das war auch das einzige, was wir gestern gegessen haben. Deswegen habe ich schon morgen Hunger. Nachher geht es los, rund um die Burg und auf die Burg. Hallo. Hallo. Hallo Hohenzollern! hope totally tem police. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 vollkommen an Strom dran. So, hier haben wir in Edlinge die Festsaugung und Entsorgung. Hier ist Abwasser, Toilette und Frischwasser. Da ist die Sorge für die Parkgebühren. Also momentan Stand März 2024 10 Euro für 24 Stunden. Da kann man sich Frischwasser holen und Strom zapfen. Allerdings gibt es hier nur vier Steckdose. Aber wenn man mal guckt, da gibt es schon Platz für mehr Wohnmobile. Also da stehen schon einige Wohnmobile. Also Platz für acht Fahrzeuge haben wir hier. Gibt es hier. Allerdings nur vier Steckdose. Jetzt sind wir auch mal gespannt, wie es dann abends hier ist und die Lautstärke her. Da werde ich dann morgen früh noch mehr dazu erzählen. Ja Leute, guten Morgen. Noch eine Tasse Kaffee. Dann geht es ab in den Gottesdienst. Und da mache ich heute Livestream, die Regie. Und danach werden wir wohl oder übel nach Hause fahren. Weil das Wetter wird nicht so prickelnd. Wir wollten eigentlich noch bis Montagnachmittag oder Montagabend unterwegs sein. Aber ja, im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer soll es nur regnen. Und das macht dann wenig Sinn. Deswegen fahren wir nach dem Gottesdienst nach Hause. So, mein Dienst ist vorbei. Wir haben eben noch einen Kaffee getrunken in der Kirche in unserer Gemeinde. Und ja, jetzt fahren wir nach Hause. Und ich lasse mich fahren. Ja, ich bin heute dran wieder. Lassen wir uns überraschen. Gute Fahrt, Amor. Danke. Wichste mich, wenn wir zu Hause sind. Aha. Wie ist dieses Wochenende auch noch vorne am Armaturenbrett? Die Alterung von der GoPro, also das Klebepad hat sich gelöst und ich vermute vielleicht auch auf der Hitze oder so. Jetzt habe ich es mal an einer anderen Position hingemacht, die Halterung. Und zwar am Rückspiegel. Mal schauen, wie lange das hält. Und was mich verwirrt, ist, dass ich Spiegeln hier. Wir brauchen das dann gar nicht, nicht mehr. Naja, eigentlich nicht. Wir haben vier Außenspiegel, also Rückspiegel, die zwei auf einer Seite. Einmal für nach hinten und einmal ein Stück für nach unten. Also nötig. Ja, ihr Lieben, noch ein kleines Abschlussfazit von unserem Kurzwochenende. Oder das Osterwochenende. Was sehr beeindruckend war für mich, war ja die Burg Hohenzudern. Das war ja mal wieder fantastisch. Also jetzt nicht wegen Pompöses, sondern wegen der Architektur. Und das Gebote an sich war schon extrem, oder? Genau. Und diese Schatzkammer. Das könnten wir leider nicht filmen. Aus Sicherheitsgründen. Das darf man nicht filmen. Aber da drinnen waren so schöne Sachen. So Sachen, dass wir denken, meine Güte, wie ist das gemacht? Wie das damals war, genau. Wie damals da gelebt wurde. Und wenn man diesen doch ein bisschen Prunk sieht, diese Gewänder, diese Rüstungen, die Krone, die war schon sehr beeindruckend. Und heute, heute, dieses Wochenende ist nichts passiert. Also zum Thema festgefahren, nee, war nichts. Mit dem Wetter hatten wir nicht so viel Glück. Momentan scheint zwar die Sonne, wir haben, keine Ahnung, 16 bis 18 Grad. Aber wir wurden mit dem Sahara-Staub geschenkt. Genau. War auch schön. Mit dem Sahara-Staub wurden wir beschenkt. Das hat man auch schön gesehen, als wir mit dem Auto dann Richtung Burkhun-Zollern gefahren sind. Die weit im Hintergrund war. Und dann so dieser Staub verhangende Himmel. Das war schon interessant. Und von der Burg auch. Ja, genau. Und der Maase da oben. Stimmt, von der Burg auch. Ja, da war schon schön. Wirklich. Also hat es sich wieder gelohnt, das Wochenende? Mhm. Genau. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir freuen uns natürlich über die Daumen. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Norbert. Und Nivea. Von Lola Auto. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.